Heftig Stinger Boah Wisst ihr was krass wär? Was denn? Wenn die für 2014 Äh, ein Zombie-DC für Playoffs 2 raushauen Und dann? Übers geil Warum? Naja, ne, ich guck grad wieder ein Video von City of Z Warum nicht für Black Ops 1? Machst du was gegen Black Ops 1? Ja, total, Alter Ich spiel nie Black Ops 1 Ich ja wohl nicht Oh, nur Ghosts, Zombie-Modus Hallo Jan Hallo Jan Hallo Jan Ihr werdet langsam verrückt, Jungs Aber nur lang Ja, wir stellen uns auf die nächste Karte ein Papa U-Doff, Dennis Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb.. Ich hab keinen...해ppen Ich hab keine Reagan noch mehr Warte Kinder? Cabin No Chancellor Ich sollst mal endlich kappeln Chaps Und du sollst springen Ich stehe aus, Alter Weißt du ... Ja! Oha, Jan. Oha, Alter, was, wie du geflogen bist. Ich will nicht mal drüber reden. Ich brauch ne Waffen, mit der ich laufen kann, Jungs. Würdest du gerne laufen, ne? Ich hab voll Bock da zu laufen, aber nicht so, Alter. Übelst motiviert. Keine Munition mit der Rhaeg an. Ihr müsst jetzt ja dann umhauen. Ihr wischt Bescheid. Ja, mach mal bitte mit Rhaeg an, weil ich brauch Affen und Rhaeg an. Jetzt wird's lustig, Jungs, Alter. Jetzt fängt's doch erst an, lustig zu werden. Kann ich kommen? Warum machst du nicht Round 30 bis 40? Das sind dann die lustigsten Runden immer. Ja. Ja, jetzt macht das auch wie Kevin. Ich hab gesagt, kann ich kommen. Vor allen Dingen, wir spielen bis Runde 30 und du sagst, warum machst du nicht Round 30 bis 40? Die Lustigsten. Hä? Ja, ich hab Affen. Nein, Round 30 bis 40. Warum denn? Ja, weil das die lustigste Zeit ist. Hier fängt's doch an lustig zu werden. Muni-Probleme. Ja, Runde eins ist viel cool. Ja, super. Guck, der Russe liegt andauernd. Das ist doch viel lustiger. Ich krieg Doppelschläge überall. Boah, ja, mal. Oha. Es wird zu lustig, lustig, ta, la, la, la. Bald ist Weihnachten wieder da. Tötet mal alles, und müsst ihr bei, ich hab keine Munition mehr. ja ich auch gleich nicht mehr jungs hast du keine munition mehr wenn das toll ist leer regan habe ich nicht thompson habe ich ich werde ja komm zu mir dann auch keine donna mehr nein nicht alles leer hier oha jungs macht aber keine scheiße ja komm ich traine so lange gibt mir alle oder zombies nein wir haben keine assen ich habe einen monkey ich könnte schmeißen ich werde ich werde hier ist moni 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 und ich lebe das erstmal bei moni und ja dann ist meine Pistole wieder voll kann ich mir? ja bring da durch du es führst Mütterchen Russland Alter das war gerade was Mütterchen Russland macht eure Fenster zu bin dabei ich bin dabei ich höre gerade noch ein Crawler mit der Pistole bist du eigentlich bedeppert bist du bedeppert bedeppert der Bader bitte 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 warte und was haben sie gesagt kommen und es in Kamin nicht mehr laufen das ist blöd es gibt die Spurkiste und Lockheed oder ist es los kann ich kommen ja ja wenn es geht so nicht mehr ja ich weiß ja wie morgen gehen wir zu Brit dann wird die Scheiße geklärt hier WAAAAT und Jan du kommst auch gleich mit Alter Jan du kommst sofort mit Dennis Jan jetzt ist hier vorbei, ja feierabend mein Freund ja bitte hast du das gesehen ich hab geschossen da spiel ich verarschen ENSTER 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 BIGGEST TROLL EVER BIGGEST TROLL EVER alter ich geh zu ich geh zu Zylinski ich geh ab da du mal ich will und HAAAAT um mal ich hab dich besser nicht tot oder haben wir dabei in der Kiel gestorben er ist meine eigene Granate bestimmt daneben geschielt ich helfe dir mal hier sonst verzweifelt ist ja total befordert oder wenn früher erst gar kein Lehrer erscheint oh wir haben Freistunden wir haben Freistunden nein ich hab ihn schon gesehen Herr Müller kommt gleich gut aus dem aus dem Dennis wir auf bist du noch sterben ja Jan rennt nur Jan will zurem bitte Rode 109 ohja stimmt das kann ich auch noch machen ich werfen wollt ihr noch werfen Jungs ich schädel mich langsam mal auf jetzt hier machst du dennis ja ich dachte die spawnen euch du 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 ohja jetzt wirds lustig jetzt wirds langsam aber hier ne jetzt hör mal auf hier Jungs mach mal keine Jacke weg 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 ohja meine Raygarn ist schon wieder fast leer Alter ja meine auch aber alles nur weil Dennis dauernd stört man stimmt gar nicht ja jemand anders soll hier laufen gehen ja ich glaube ey auch jetzt ohja ja was machst du denn lass doch ey erstmal hier mein Trait auflösen auflösen ja auflösen in Luft kann ich ach der Hammer der liegt ja perfekt geil ne aber weißt du was was wissen wir denn so barosch wer von euch hat die Sander du machst jetzt alle Fenster durch hinten Dennis du sollst hinten Fenster los ohja 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 wo liegt ihr denn alle die die letzten drei Zombies die letzten drei Zombies ich hab deines angegangen dies dies doch Jan bitte mit deiner Donner Mann ohja ich werf den Affen Alter ja bitte er geht gleich da unten der Russe war Dennis am Leben ohja 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 wie der Bläh Alter was ist denn los jetzt hier wir brauchen Munition ohja Alter rausrunde pur richtig peinlich ey na ein bisschen Action hier mal Jungs hat noch eine andere die wir wirklich ganz sicher spielen könnten ja ich weiß mit Rundenlaufen aber so ist auch im Knochen ja aber so ist es nicht so langweilig für die anderen Zuschauer hier ist es nicht langweilig für uns ist es sehr amüsant Barraco wie weit also ich amüsiere mich erkannt oder soll ich kommen ja komm rein zu mir in die Ecke bei der Küste dass es Spaß macht ja das ist ja die Hauptsache dass es Spaß macht oha Hätte ich 26 Downs im Runde 26 würde ich das nicht hochladen Spaß oha Kevin du bist ja gemein ich bin gar nicht gemein ich hab euch so nimm Jungs wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied genau Kevin oh mein Gott hast du das gesehen worden hier ran an ihn alter ich bin an der Ecke getrapt alle schlangen auf mich ein keiner trifft ich hieß mit Thunder Gun alle tot oh Gott schreib ein Buch bitte ja geilste geilste Geschichte Reaper in der Ecke aber wenn das Fenster da nicht wäre könnte man hier sowas von krass laufen gibt ja erst was sagst du? kann ich Jan was hast du über das Fenster gesagt? wenn das Fenster da nicht wäre könnte man so heftig krass laufen ja sonst wollen wir nicht die sichere Taktik spielen lieber nein sagst du save these mal action komm Jungs noch 2 Runden ja 3 hm 10 liegt diese Runde brauchst du dann down ne? damit du soviel hast 4 Runden ja komm hier warte warte würde ich jetzt nicht machen damit blamierst du dich nur okay ich bliebe nicht ne auch nicht selbst Mörder werden nicht oh Gott ne ja ich will mich der Runde anpassen alter was zahlst du? was zahlst du? äh 2000 Punkte du Arschloch du schuldest mir noch 110 Punkte ich werde ahja! ich muss rein oh Gott ich guck jetzt nur noch zu wie ihr das macht und ich schieß gerade im Moment so mach mal das ich will auch Munition Leute du musst mein Bläschen drücken ha 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 Alter die Lamm ha 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 geh dich mal untersuchen lassen die Klinik die Lache war nicht immer so oder Leute Nene er war immer aufgeschüttet Prozent 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 werden Prozent 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 er hat er langsam rei zugefallen obwohl der Kind aufsteckt mach mal einen Affenbarock ja mach ich was hab ich hab ich hab ich komm schnell mach du nichts? du Arschloch du gehst nicht auf das man jaaa jaaa geh die ihr hängen bitte du bist der Weiße dass du immer auf dem Fenster stehst ja ich bin der Weiße aber ich steh nicht am Fenster ja wenn du bist du fertig ach kommt Buddy Jack einer kommt zu euch rein wenn der dich jetzt geht ja bei Jan hier vorne meint rumlaufen zu müssen ja Jan reiß sie mal zusammen kommt schon wieder einer rein kann sich nicht zusammenreißen reiß sie mal zusammen ja Barockchen sie können kommen ey ich mach das ja alleine mach das ja Ego und Tina Bock mehr auf die auf die Karkaufen Farock ich hab keine Affen mehr Jungs ne? ne ich auch nicht ne? Farock werf mal einen Affen Jan werf ihn wie viel hast du noch Jan? ich hab noch einen 27 ne 2 1 2 1 ich kanns nicht erkennen na komm lass mich mal laufen nein oha ja viel Spaß beim laufen ja jetzt weißt du ja was hast du hier für ein dreckiger Arbeitsplatz übergeben du wolltest glauben ich ich hab dir nur dein Wunsch dein Leben getroffen ja widerlich hier ja mach mal aufräumen kann er beschmutzt ich 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 muss gleich erstmal durchgehen ne? ja ich auch ich stink ich schwitze hier das musst du gleich schwitzen gehen mir ist aber wirklich extrem warm bei mir auch ja jetzt hab die Heizung gerade auf 5 Alter was ist los? echt? ich hab sowas von selten meine Heizung hab ich hab ich hab ich hab's meine Heizung läuft 24 7 ja ich wohne auch im ja Heavenly ich k 24 Das war's für heute.